hallo mal die mumis willkommen zurück zur ss quid baller ich grüße euch natürlich alle recht herzlich hoffe euch geht es ein gut seid immer gut zur umwelt und zu allen lebewesen wenn das das wichtigste soll wir uns in weiteren maske wer bock hat gönnt sich für nicht denn nicht als euch selbst überlassen ich würde sagen abonnieren kanal oder kommt für menschen und tier hier wenn das große reichen soll man die mumis wir sind genau hier am ende der map ganz und darum muss jetzt unsere maske in immer noch so sagte wir haben ausgesprochen wird ich weiß es nicht kommt kurz und schmerzlos ne kippert ja ich habe euch die ölwanne ölvase lampe was auch immer läuft einfach diesen kleinen weg hier dann sieht natürlich wunderschön aus wie wir das hier machen immer konnten und noch nie was anders gemacht haben schmeißt ich habe da rein gönnt euch die maske meine mumis kommt darunter mein kleiner soll ich dazu nur wunderbar haben wir die mumis da haben wir noch irgendwas schönes hier mit aussieht man doch nur wieder auf die sind auf der vasen immer kaputt man mein jungs weil da könnten paar taler drin sein leider in diesem fall jetzt nicht aber macht zerstört alles ist mir da war sie wann alles was er sieht macht alles kaputt meine mumis kurz und schmerzlos ich bedanke mich natürlich wie immer fürs zuschauen ich wünsche euch noch einen wunderschönen tag entweder sehen wir uns im nächsten video nächsten leistungen oder im nächsten fahrt meine mumis bleibt gesund ok auf wiedersehen meine mumis